Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu CRY! Hallo! Hallo! Oh, wir müssen wechseln. Haben wir gewechselt? Nee. Nein, du musst nur reinkommen. Bin ich der Richtige? Jetzt bin ich der Richtige. Oh! Oh! Moment! Nicht durch! Ich... Ich schieb ihn einfach! Ciao! Okay, wir müssen vorsichtig sein. Da ist niemand, ne? Ich habe es gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich einen Pfeil abrichten kann. Ich glaube, ich kann ihn nicht abrichten. Okay. Wir haben es geschafft. Hui! Nein! Das war ja noch easy. So... Ah ne, das... Haha! Upsi! Sehr gut. Einfach einmal noch rüber springen. Das geht... Aua! Oben sind... Vorsicht... Oh fuck! Ach, oben sind auch noch... Das ist ja gemein hier. Irgendwie habe ich mit gerechnet, deswegen hatte ich einen Fall gespannt. So, jetzt... Vorsicht, nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Da unten sind es Pikes. Ja. Weil ich habe die gerade... Das war für Zufall, der Typ ist runtergefallen und hat dann die Dinger ausgemacht. Moment. Wir machen das so. Okay, sie sind verdeckt. Oh, er kann rüber springen, ne? Ja. Wubi! Ich kann mich hier schon mal um die Leutchen kommen. Ja. 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 Sehr schön. Ach, das war's schon. Sehr gut. War da noch einer? Da kommt noch einer, ja. Der ist in die Spikes rein. Ah, da oben ist Zeug. Zeug! Moment, ich kann das, glaube ich, vergeben, ne? Ja, da kann Cora sich festhaken. Oh, ich bin schon. Aber ganz oben, über dem großen Morgenstern ist auch noch mal einer. Dann Cory, bitte schon. Okay. Äh, ja, warte. Ich glaube, das geht so. 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 Ach, nein! Oha! 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 Niko Gero. Danke. Oh, äh, ja. Sofort, Alex. Ich habe hier gerade viele Probleme. Au! Jetzt ist dieses Problem. Oh nein! Oh fuck! Ja, ja. Oh nein, schön, Alter. Oh, der haut wieder drauf. Schön. So. Hey, Kumpel. Schön. Stopp, der hat es getroffen. Okay, Moment. Ich schieb das Ding hier mal weg. Oha. Hehehe. Nice. Danke. So. Jetzt muss ich mir mal eine Brücke basteln. Es sollte rüber gehen. Ich versuche irgendwie sofort zu dir zu kommen. Alles gut. Oh, wir brauchen Cora dringend anscheinend. Niko, ich kann es hier halten. Ja. Au! Boah, bist ja fies. Springt einfach auf dich. Kleiner Babsack. Oh. Übel. Ach so, du kannst das Ding nicht bewegen, während ich draufstehe. Ja, ja, ja. Ich versuche... Oh, schön. Okay. Okay. Ich kann es dir halten für einen Moment halt. Oh, nein. Das war nicht gut genug. Noch einen Blick. Boah, dicker Hund, du! Okay. Moment, 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 Moment. Meins. Okay. Hoch. Nein! So. Moment. Jetzt. Und direkt? Ja. Dann kannst du Cora holen. Danke. Ah, Dankeschön. Oh, ich kann mich selber auf dem Ding bewegen. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Sorry. Nein! Äh, jetzt muss ich hoch springen. Ich krieg davon. Ich bin mein Magier. Oder so. Ah. Kannst du... Kannst du... Kann man dir helfen? Oh, ich kann mich... Oh, guck mal, was ich kann. Für schöne Sachen. Ich kann mich selbst hoch bewegen. Hui. Du kannst anscheinend das Ding schon bewegen, während du drauf stehst. Oh. Ja, ich konnte dich... Ich konnte das gerade bei dir auch bewegen. Okay. Ich bin aber wieder unten. Ja, das haben wir ja auch gesehen. So, ein Pfeif. Warte mal. Ja. Ja, 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 ja. Komm, bewegt dich, du dicker Hund. Ich fand das gerade so schönes. Die Kis... Die Kis... Die Kis... Die Kischen. Hopp. Oh. Oh. Okay. Und jetzt? Okay, also ganz oben ist irgendwas. Warte, guck mal. Vorsicht, Gegner. Äh... Achtung, Achtung! Mit Pfeil, Alex. Ja. Uh. Oh, dieses Blödchen. Ich kannste festhalten. Die schießen... Die schießen Zeitlupenpfeile. Ja, ne? Schön. Schön. Jetzt kann sich... Jetzt kann sich einer... Oder so. Unter dir. Ich würde gucken, ob ich da oben noch dran komme. Okay. Äh, Nico? Auf meiner Seite. Ich komme mit. Ich mache Magie. Huah! Nein! Aua. Sehr schön. Ich habe irgendwas betätigt, ich weiß nicht was. Ja, ich weiß leider auch nicht genau was. Ich stehe hier auf was. Moment, lass mich einfach das Ding warten. Ach, du kannst das Ding da draufstellen. Ah, ja, jetzt ist... Ah, Korat was geöffnet. Okay. Ach so. Nico, kannst du raus. Aber ich würde hier oben gerne dran kommen. Ähm, Moment. Ja, genau so und dann... Ja, genau. Ach, du meine Güte. Huui. Danke. Äh, ich höh. Äh, okay. Ok, Korat ist in irgendwelchen luftigen Höhen unterwegs. Ich baue ein... ein hartes Bett. Okay. Äh. Huui. Perfekt. Ich habe noch ein bisschen Erfahrung gesammelt da oben. Oh, hoppala. Hier sind irgendwo Leute. Oder? Oh. Guckst du gleich, was da unten ist? Da ist unten, das bestimmt. Oben, Moment. Da ist so ein Hay-O. Ach, komm, du kriegst dich. Okay, ne. Ich weiß nicht, alle. Okay, ne. Da. Sehr schön. Sehr schön. Oh, überlebst du es? Ja. Ja. Da hinten gibt's was. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach. Der kann uns nicht treffen gerade. Aber ich ihn auch nicht. Jetzt aber. Nico, du kannst problemlos... Was haben wir denn da? Rübe. Stellerköcher für die Lieben gefunden. Ja, das ist für mich. Yay. Kann es sein, dass wir meine Sachen nicht gefunden haben? Achtung, Achtung, Achtung. Versuch dran vorbei zu springen. Okay. Ja, ich hab's zu spät. Ich hab zu spät gesehen, was du meinst mit Achtung. Was war mein Fehler? Aber mein Artefakt gab's anscheinend nicht. Oh, nein. Ah, ne, ich bin der Einzige, der jetzt schon alle drei hat. Ja. Aber eigentlich... Nico's kommt an. Ja, ich weiß, aber eigentlich müsst ihr doch erstmal meins kommen, dann Nico... Ne, dann deins und dann Nico's. Na egal. Gut, die Cora cheatet. Sorry. Nein, 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 nein! Könnt ihr unten durch, theoretisch? Äh, ja. Ist vielleicht auch noch. Aua. Aua. Aua, Mutti! Ach, zu unten. Halt deinen Schnauzen her, du. Was machst du doch mit Maler? Ach, du bist da auch oben. Du kannst mich dein Bier lassen, ey. Dankeschön. Ähm, bei oben, Cora, da ist irgendwie einer, der leuchtet. Und die Stärke, oder? Ja, gut, Dana. Ja. Dank, C. Oh, da ist noch einer oben. Ja. Oh nein. Hab ihm ein Blatt gedrückt. Hab ihm ein Blatt gedrückt. Boah, bei uns auf der anderen Seite ist noch so ein Haio. Oh ja. Ich hab mich drin. Hab ich getroffen, ja, oder? Ja. Oh, du hast irgendwas geöffnet, oder so? Hab ich? Okay, Nico, wir können rüber. Ja. Ja, 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 ja. Aua, Aua, Mutti. Ich bin tot. Okay, warte. Wieder da. Danke. Okay. Das sollte gehen, aber. Warte mal, hier ist schon wieder so ein Ding zum Betätigen. Betätigen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, oder? Nico, in Bewegung. Danke. Vorsicht. Ah. Wartet auf mich, ich kann euch helfen. Ja, ich springe hier immer nur einen Zacken auf den nächsten. Schnell, 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 schnell. Haben's schon, haben's schon, haben's schon. Okay. Weil ich bin der Einzige, der da noch rüber muss. Ich bin doch gar nicht so hochgesprungen. Ich war doch gar nicht da. Ah, fuck. Jetzt muss ich Cora holen. Moment. Nein, geht zum nächsten. Nein, nein, ich bin doch schon da. Danke. Ich bin doch noch ganz hinten. Aua. Moment, ich halte es dir, Cora. Ich warte jetzt. Ich bin... Ich hab gesagt, ich halte es dir. Ja, ja, ich wollte doch nicht hochspringen. Ich wollte doch den nächsten Zacken springen, aber die springt halt so super weit direkt. Und deine springt gleich so hoch irgendwann. Ja, ja, genau. Wenn du nicht ganz oberflächlich nur drückst, dann ist die direkt... Danke. Du musst ganz schnell... Ich konnte es nicht halten. Warte mal. Aua. Aua. Kann ich nicht. Dummer Hund. Vielleicht verpackt sich das da gleich. Ich hab's. Du bist okay. Und festgehalten. Schnell. Sorry, Nico. Ich konnte nicht... Hab mich auch getroffen. Ich bin gleich tot. Glaubenweise. Ich weiß nicht, was... Geht's da oben noch irgendwo hin? Nö. Da ist, glaube ich, Sackgasse. Da muss drunter noch. Oh, oh. Tschüss. Abwärts. Juhu. Ja. Da. Oh, 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 oh. Vorsicht. Be careful. Ich kann hier was bauen. Warum ist das anders? Nein, 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 nein. Ich mach den Abgang, glaub ich. Hast du ihn? Okay. Ich bin tot. Ja. Ciao. Da ist es wieder. Also hier ist was. Das schafft man da drüben nicht alleine. Hier hat sich's verhangen. Okay, Moment. Nein. Okay. Hier hat sich's auch verhangen. Oben. Oh, Cora, ganz oben. Kannst du hoch? Fuck. Auer. Auer. Oh Gott. Der Link ist hoch. Mach auf. Blauer Meisterstein. Du meisterst du. Das macht'n dir. Baa? Erhöht die maximale Anzahl der Kisten. Okay. Okay, Alex, der ist für dich. Du kannst jetzt eine Kiste mehr zaubern. Erhöht die Anzahl der Pfeile des Bogens Dieben. Achso, das kann man sich aussuchen. Entweder ein Pfeil mehr oder eine Kiste mehr. Kiste. Nein. Ja, ich kann's ja nicht sagen. Die ist abgestürzt. Jetzt. Probier's. Ich glaub, Kisten lohnen sich mehr als Pfeile unbedingt, oder? Gut. Das ganz kleine Ding, das war's. Ja. Wow. Das war knapp. Hallo. Oh, stopp. Das ist eine Art Buch. Ja, ich werd' es mir genauer ansehen. Störtlich, das Ring geben wir weiter. Geil, ich werd' es mir genauer ansehen. Und Ruhe. Ich bin Edelsteine, mit wem ich bin, die die bin. Also, hallo. Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Okay, ein warmes Gefühl. Das war ein geiles Satz. Wenn das wahr war. Wir machen weiter. Ja? Ja. Ich habe das Gefühl. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Kora? Ich bin da. Achso, da bist du ja. Ich dachte, wir machen nochmal eine Pause. Ja, nee, nee. Das war schon... Wir haben noch ein paar Minuten. Okay. Dann zocken. Da sind wir. Äh, Moment. Warte, da kommen wir irgendwie dran. Das sieht aus, als wäre es für Kora gemacht. Okay. Oder für Amadeus auf dem Magier. Du heißt ja Amadeus, gell? Amadeus. Ich bin da auch drauf. Ich muss bloß die Kiste da hinschieben. Wie heiße ich denn nochmal? Wurde das gesagt? Die Diebin einfach nicht. Oh. Ja. Ich glaube, es war schlecht, dass ich der Erste bin. Naja. Ach, danke. Oh. Oh, sorry. Es wäre jetzt aber doof, wenn ich meine Fähigkeit nicht bekomme. Weil ich habe voll die Geile. Ich weiß noch welche. Ich weiß sogar noch, welche das war. Welche? Das war das ihr... Oh. Was denn? Ich dachte, ich habe die Fahrungsflasche weggehauen. Oh, wir gehen... Okay, ich kümmere mich hier oben ein bisschen. Sprich, Alex, was war deine? Ähm, ich konnte... Meine Plattform konnte jeder begehen. Und in der letzten Stufe konnte, wenn irgendeiner drauf schießt oder drauf schlägt, auf den Kasten oder so, zu einem... Das Ding zu einem Feuerball verwandeln. Oh. Oh, ich habe mal Punkte. Okay. Deswegen wäre das schon cool, wenn wir das hätten. Ja, guck mal, da oben, gell? Coda. Ah, ja, sorry, ich habe gerade Punkte vergeben. Ja, ich hänge mich gleich dran. Irgendwie müssen wir auch da hinten hinkommen. Alex hat es schon geschafft. Guck mal, rechts die Kisten. Ich habe die Kisten hingebaut. Nee, weißt du... Ach, sorry, du hinkommen. Ja. So, lieb. Äh, ey. Ähm. Entschuldigung, können wir weggehen? Danke. Klo. Ach, danke. Ist da noch einer? Nee. Irgendwie, wie kommen wir denn? Aber da hoch, äh, unten muss ein Schalter gehen wahrscheinlich, oder? Äh, da hinten ist ein Schalter, ja. Ah, Moment. Das sollte dann aber so gehen. Ja, nice. Oh, das ist sehr praktisch. Oh, die sind sogar ganz schön ordentlich fest. Ja, okay, die halten länger. Ja, da hat... Vielleicht auch wegen der Kiste, weiß ich nicht. Ja, denke ich auch, ja. Und... Kommt doch jetzt bestimmt gleich. Gar nicht, okay. Ähm, okay. Ah, da unten ist ein... Hier, aber nimm auch. ...fischleur. Was haben wir denn? Die Fischhaut. Was bringt die Fischhaut? Unbegrinnte Aufenthalt unter Wasser. Wer möchte... Wer möchte lieber schwimmen? Ich hab ein Flammenschwert. Das tut... Wasser ist nicht gut für mich. Okay. Mir ist das egal. Aber du willst, kannst du so gerne nehmen. Ah, hier ist was. Dann gibst du mir. Okay. Ich hab auch... Müssen wir denn runternehmen? Muss man nicht. Nee, da war nur ein bisschen Erfahrung. Okay, weil da... Ich hab auch... Du hast eine Ecke vergessen anzuschauen. Ach, da war auch noch Erfahrung. Ja, ja. Aber muss man schauen, sei arm gleich sein. Ja, ich hab zwei mitgenommen. Ich glaub, das ist ja alles. Ach so, ja. Watt mal. Ich geb dir mal kurz das Ding. Irgendwie ist die Kamera komisch, Alter. Bitte schön. Äh, bei mir auch, okay. Oh, nein. Der hat mich runtergeschubst. Also, ja, selber tut. Hat er verdient. Aua. Ich hab mich für die Erfahrung geopfert. Ah, bist du hochgekommen, oder? Ja. Ich jetzt. Ah, ne, da ganz oben ist noch was, gell? Ja. Ja. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Warte. Das wollte ich doch. Links, links. Andere sind. Moin. Ich kann dir nur eine kleine Plattform bauen. Du musst erst mal hochkommen. Ja, dann spring doch. Ja, ich muss doch da durchkommen. Guck mal, dann spring doch einmal auf die Plattform. Nimm das Ding weg. Ich will da hochspringen. Okay. Das hast du da vorn. Wenn du mich ärgerst. Du wirfst mir immer Sachen auf den Kopf. Ja. Du kannst einfach links. Kann doch das jetzt so machen. Und jetzt könntest du mir eine Planke machen. Das wäre jetzt sehr praktisch. Ja. Moment. Jetzt wäre es sehr praktisch. Danke. Bitteschön. Da müssen wir oben rum. Ein Chor könnte oben rum. Ah ja, da ist Erfahrung. Ich gehe Erfahrung sammeln. Nee, das sieht nicht gut aus, Alex. Du, ich hab's ja auch hoch. Ich hab gemeint, da schimmert noch was durch. Was denn? Ach du Scheiße, ich hab's echt gut überkommt. Genau dazwischen, ich glaub das. Geh mal da raus, geh mal raus. Oh, äh. Ich hab nicht gesehen, dass wir untergekommen sind. Hopsi. Hops, mein Fehler. Ja, geopfert für die Erfahrungspunkte. Mal wieder. Ach, da oben. Danke, Nico. Ja. Hallo. Da unten ist niemand. Moment. Der ist auch weg, oder? Nee, unten ist nicht. Nee. Da hinten. Ah, warte. Hops. Da kommt wieder einer. Hallo. Quats. Das war's. Wer? Äh, Nico, rechts finde ich. Hi. Passt. Passt. Uh. Okay. Okay. Nein, ich bin unten. Nein, ich... Aua. Ich wollte gerade eine Kiste genau da, wo ihr hingefallen seid, hinzaubern. Und als ihr unten ankam, konnte ich meinen Zaubern nicht mehr vollenden, traurigerweise. Hier oben bräuchte ich eine Planke, eigentlich. Okay, Moment. Ding zu Ding geht. Dann musst du von der anderen Seite runter. So. Niceowitsch. Und jetzt bräuchte ich eine, die von hier nach da drüben geht. Aua. Aua. Okay, Moment. Du mein... Warte, ich muss selber hoch, dann... Ich seh das nicht. Ich muss wahrscheinlich dann Eko da machen. Ich weiß nicht, ob meine das schafft. Ja, das könnte sein, ja. Oh. Oh, guck mal. Junge. Junge. Die Planke war nice. Ah, Moment. Schau mal, da oben ist noch was. Das da? Nein. Oh, okay. Nein, es hat sich... What? Es ist ins Wasser gefallen. Ah, Cora hätte die Schwimmen heute. Cora muss das eigentlich machen gerade. Ja, ja, aber es hat sich... Es ist pulverisiert. Nein, es ist ganz unten. Nicht? Hingeschaut. Okay, bei mir jetzt ausschaut, das wäre... Es ist... Ich hab's schon, ich hab's schon, aber Cora muss weiter... Äh, guck dich einfach mal im Wasser um. Ich glaube, das macht den meisten Sinn. Da ist eine Spinne. Da irgendwo rechts. Ja. Ja, ich hab sie sogar getroffen. Ich hab's nicht gewusst. Hm. Ja, mach halt den Planke. Oh. Die ist wohl nix. Oh, oh. Ja, da ist immer noch eine Spinne. Boah. Könnt ihr hier vielleicht mal freimachen? Ich müsste hier hochauchen. Ich hab nämlich gleich keine Luft mehr. Du kannst doch hochauchen. Du hast doch... Hä? Du hast doch dein... Dein Ding... Nein. Was, nein? Ich hab ne Luftanzeige. Ich weiß auch nicht, warum. Alex hat dich geschaut, oder? Nicht? Nö. Ja, vielleicht hast du die Fischhaut. Nein, ich hab sie dir gegeben. Guck doch in den Winter. Ja, aber ich hab ne Luftanzeige. Hm. Ne, ich hab den Blue Master Storm. Hä? Du hast die Fischhaut. Oh, aber hä? Ne. Doch. Bei mir? Ich hab den Blue Master Storm. Du hast die Fischhaut bei mir. Warte, bei mir. Ich mach's mal. Du kriegst den Master Storm. Ich krieg die Fischhaut. Hä? Bei mir ist es auch so. Du hast die Fischhaut. Und Alex hat den Blue Master Storm. Ich hab was. Halskette der Macht, hab ich gerade gefunden. Geil. Erhöht den Schaden durch Waffen, die Mana verwenden. Nico verwendet deine Sachen Mana. Das Feuer schwert, oder? Oder macht das kein... Ne, das macht kein Mana, oder? Oder doch? Dann... Also, weil ich hab ja keine Waffen. Meine Manaanzeige ist immer voll, irgendwie. Dann sind's Koras Feuerpfeile. Dann meine Feuerpfeile. Wie kommen wir jetzt da rüber? Müssen wir unten durchtauchen? Korra, hast du jetzt ne Anzeige oder nicht? Warte, jetzt hab ich keine mehr. Ne, ne. Jetzt ist gut. Aber vorhin hatte ich noch eine. Und die war natürlich bei Null. Vielleicht hat das es nicht falsch organisiert. Ich wollte glaube. Okay. Ich würde gerne... Ah. Ne. Gut. Das passt gerade so nicht. Du musst ganz langs machen, wenn du es... Ah, stopp. Das ist doch Holz. Ah. Das ist Holz, das schon oben. Ja. Vorsicht. Sehr schön. Da ganz oben. Da sind wir gleich hin. Moment. Wow. Was ist das denn? Ähm, Nico. Ich, ich, ich... Da bin ich jetzt rausgeflossen, wie es geht. Das ist voll aus. So geht es. So geht es nicht mehr. Äh, warum hol ich euch gerade doppelt? Weiß ich auch nicht. Ist gerade was hinten runtergefallen, oder nicht? Äh, das kann sein. Ja. Ach, ach, ach. Da oben scheint sonst nichts mehr zu sein. Na, da, 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 da. Na, der Regenbogen. Oh. Wir haben drei Wege wieder wahrscheinlich. Oh. Nicht runterfallen. Ich bin da unten weh. Okay, ja. Ich bin da. Da tut man sich. Einfach tot. Kann mich jemand holen? Echt jetzt? Ja, ja. Irgendwann. Das ist ein tiefes, tiefes Loch. Ich hole ihn. Ähm. Hä? Bist du da gerade runtergefallen? Ich habe gerade einen Alex geholt. Und jetzt ist Nico tot. Ja. Ja, aber wie denn? Ich stand doch gerade bei dir, Digi. Hä, du bist gerade an mir vorbeigelaufen und voll in die Kurve gerannt. Oh, ach, du bist so weit vorne. Kora, du bist so weit vorne. Geh zurück. Geh zurück und runter und runter. Weil sonst baggen wir durch. Ich habe nicht gerade zu dir teleportiert. Ja, ich habe nichts zu dir aufsehen. Ich wollte nur mal gucken, ob da Gegner sind. Ich bin nur auf demselben, auf demselben Druck gekommen. Ich... Tora Wetter. Sonst... Funktionen wir das nicht. Warte doch. Was? Geduld. Du kannst da hoch springen. Nico, da hoch ist da oben. Ja, aber ich... Das ist echt schwierig mit meinem... Irgendwie, der stellt sich mal mal an beim Springen flindig. Ja. Der ist so ungelenkig. Der sagt. Oh, nicht runterfangen, gell? Das ist so ungelenkig. Und Kora gleich mit. Oh. Tja, Nico, es hängt alles an dir. Warte, 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 warte. Du schaffst das, Nico. Dass wir auch gleichzeitig springen mussten. Vorsicht, Sauber. Ah, deswegen glaube ich so schön. Hallo. Oh, Nico. Oh Gott. Du musst aufpassen. Du hast gerade... Du schaffst die Gegner schlachten. Ja, Bruder, aber Vorsicht. Du machst Brücken kaputt. Hui, hui. Okay. Irgendwie merkwürdig. Wir haben nichts gefunden. Also keine, keine Fähigkeit. Die Nacht brach sehr schnell herein. Eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge übrigens. Deine Charakterin, Cora, heißt Soja. Soja. Ah, okay. Oder Soja oder wie auch immer. Okay, gut. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.